Willst du mir ein High-Five geben? Ich glaube, könntest du da machen, was nicht passiert. Einzige. Hast du gut gemacht. Danke, das war ich. Ja, ja. Ich bin komplett baff gerade, wirklich. Boah, hör mal. Unglaublich lecker. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich heute diesen Kompost bei dir mal hinkam. Hey, gerne. Das folgende Video, was ihr jetzt sehen werdet, ist in Kooperation mit Pokerstase-Stand, meine Freunde. Es geht dann nämlich um die Kampagne I'm In. Und ich habe ja schon mal ein Kochschul-Video gemacht, wo ich in der Kochschule war und ein bisschen kochen gelernt habe. Das findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Das war das mit Jody, Elif, Julia und allen neuen zusammen. Tobi war auch mit dabei. Hey, Tobi, cool. Jedenfalls ist das jetzt der zweite Teil und ich habe heute einen Sternekoch hier. Beziehungsweise ich hatte schon einen Sternekoch hier und ich muss jetzt im dritten Video das quasi nachkochen, was ich heute gelernt habe. Ob mir das gelingt, werdet ihr in der nächsten Woche sehen. Checkt gerne mal Pokerstase aus. Kuss und danke fürs Sponsoren für dieses Videos. Sämtliche Links in der Videobeschreibung. Denkt dran, kostenlose Pokerschule, kein Geldeinsatz. Und wer Geld beim Glücksspiel verliert, ist dumm und heiß genauso. Ciao. Wie wir es gerade schon besprochen haben, Drei-Gar-Menü heute. Wir machen das geilste Frühstück der Stadt. Du holst deine Gäste heute ab. Wir machen eine klassische israelische Chakshuka und dazu machen wir frischgebackene Pitas. Sehr geil. Genau, dann im zweiten Gang wird es richtig pervers. Wir machen so eine Chili-Sin-Karnestulle mit Nachos, Guacamole, Sour Cream, jede Menge Käse oben drauf. Sehr, sehr geil. Und im Dessert machen wir unsere berühmten Zimtschnecken. Hier im Buch sind jetzt nur die Ahr- und Cremble-Schnecken, aber wir machen die geilsten Zimtschnecken in der Stadt. Richtig viel karamellisierte Kondensmilch rein, damit ihr das noch gemütlich... Das ist das Frosting dann und sowas, ne? Ja, damit ihr am Ende so richtig schön den Magen zumacht, damit ihr auch wirklich satt ist. Mag ich es sehr. Ich finde es vor allem geil, ich sehe jetzt schon Salz auf sowas drauf. Ist immer mega, mega geil. Ist da auch drauf wahrscheinlich. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Viel Salz gehört immer mit dazu und Karamellas. Und ich glaube, wir werden heute ein richtig geiles Menü haben. Safe, auf jeden Fall. Lass loslegen, ich hab mega Bock. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, setzen schon mal die Schoktschuk an, dass wir dann gleich auch mal... Das ist Tomate alles, ne? Genau, Tomate, Paprika, viel Gewürze und am Ende ein Ei rein, im Ofen gebacken. Ich würde sagen, wir fangen damit an, dann haben wir schon mal was zu essen auf halbem Weg. Finde ich geil. Und du kippst mir nicht um. Sehr gut. Zwiebel schneiden, ist ja so ein Ding. Erstmal schälen. Ich schneide hier oben und hier unten einfach ab, ne? Genau. Oh, das ist interessant, das habe ich letztens noch irgendwo auf Reddit, glaube ich, wie man eine Paprika richtig schneidet. Nämlich genau so. Ja, das ist halt am einfachsten, weil du schneidest die Enden ab. Aber man hat dann wenig Abschnitt irgendwie, ne? Genau, Enden ab, schneidest dann hier rein, das Innere raus. Dann hast du halt ein großes Stück, du kannst damit halt besser umgehen, hast relativ wenig Abschnitte. Okay, wie würdest du die jetzt würfeln? So, pass auf, ich zeig dir eine Hälfte, Strunk weg von dir, also die Wurzel, das heißt Spitze zu dir und dann schneidest du. Also, ich schneide jetzt mal ein bisschen langsamer. Das kriege ich safe genau so hin. Genau, dann schneiden wir hier nochmal ein, halten oben so ein bisschen fest, hier unten nochmal, dass das feinere Würfel sind. Aha. Und dann schneiden wir einfach Finger, Finger gucken immer nach hinten. Genau, sonst suchen wir gleich den Fingernagel mit der Rückseite des Messers. Mit der Rückseite, klar. Genau, dann doch so scheinlich sitzen, dass das nicht so gut ist. Das Messer ist ja insane geil. So, ich hab schon mal hier den Himmel ein bisschen, jetzt kommt dein Knoblauch noch dazu. Ist der dir klein genug? Der ist klein genug. Klassisch würdest du jetzt halt noch den Kreuzkümmel mit anschwitzen, das haben wir ja heute... Den lassen wir mal raus, den brauchen wir nicht. Genau, so jetzt kommt hier der Pateka rein. Komaten auch schon? Wir lassen erstmal den Pateka und kurz ein bisschen noch mit anschwitzen. Immer gut rühren, dass es jetzt nicht richtig hart anbrennt, dass du halt diese Röstaromen so ein bisschen... Ist das noch, weil das da unten anbrennt, oder ist das normal? Das ist normal. Okay. Richtig bei Hefe schon mal mit warmem Wasser statten. Ja, damit es besser löst. Genau, und dann... Ja, auch... Und dann die Hefebakterien mögen es halt warm und süß. Das heißt, wir machen jetzt hier... Zucker an den Boden. Genau. Das könnte aber jetzt auch hier, wenn man sich das so anguckt, ein ganz gutes Rezept für... Für eine geile Pasta, wo wir bis dato sein, abgesehen von der Fabrika, oder? Du musst hier eh was lernen. Wenn du Teig machst, immer ist es einfacher Mehl auf Wasser, als Wasser auf Mehl. Okay, weil sonst klebt es. Also kleben tut es eh, aber dann klumpft es nicht so sehr. Ich habe jetzt hier unten so diese Hefe-Wassermischung, die wir gerade gemacht haben. Dann das Mehl und das Salz, bisschen Öl. Und jetzt würde ich sagen, gehst du erstmal ein bisschen mit zwei Fingern rühren. Und wenn du merkst, es verbindet sich, dann fängst du an, es zu kneten und irgendwann wird es halt ein Teig. Okay. Das heißt, ich kann jetzt schon hier so anfangen zu kneten? Genau. So, jetzt habe ich den hier in der Hand. Genau, zurück in den Schüttel einfach. Machst du dir die Hände so ein bisschen... Das ist wirklich echt extrem stick, lieber. Willst du mir ein Halb-Halb geben? Ich glaube, wir können es sogar machen, ob es passiert. Eins, zwei, drei. Richtig? Wir machen jetzt den Hefeteig. Ich habe hier die Buttermilch, Zucker und die Hefe schon mal ein bisschen. Du siehst, das blubbert schon ein bisschen. Dafür ist jetzt die Butter. Die wird jetzt weich. Die gibt dem Teig dann so ein richtig schönes, fette, geschmeidiges. Jetzt haben wir hier die Butter. Ist jetzt geschmolzen? Also, das heißt, geschmolzen ist halt weich. Der Teil ist geschmolzen. Gehen wir jetzt einfach zur Buttermilch. Das ist jetzt für die Zinschnecken, ne? Genau, das wären jetzt gleich die Zinschnecken. Ich nehme mich jetzt nochmal deines Teiges an. Der sieht anders aus. Ja, ich würde ihn jetzt einfach nochmal kurz auf den Tisch ein bisschen smoother kneten. Ja. Hast du gut gemacht. Danke, das war ich. Ja, ja. Ach, krass. Das sieht aus wie Spekulatiuscreme. Und jetzt schlägst du dir das noch ein bisschen warm mit Zimt vor in der frischgebackenen Zimtschnecke. Das wird sehr, sehr geil. Also wir haben ja doppelt... Soll ich das schon mal rollen irgendwie? In Bälle? Genau, doppeltes Teigrezept gemacht. Also, am einfachsten ist, wenn du es nicht in der Hand machst. Hier ist ja eine gemehlte Fläche. Wir gehen mal hier auf eine Fläche, die nicht gemehlt ist. Machst du flach. Und jetzt faltest du die Enden einmal ein, so ein bisschen, linksherum, nach innen einfach. So, einmal rum, drehst du es auf die andere Seite, ein bisschen Mehl auf die Hand und dann rollst du. Ja, guck mal. Sieht ja gut aus, oder? So, jetzt nehmen wir hier unsere Teigkugeln, melieren die ein bisschen, drücken die an. Und dann gehen wir ein bisschen mit dem, dass du dieses kleine schöne Kindernudelholz von deinem Bruder noch rumliegen. Und dann machen wir halt so ein bisschen die Pita-Form. Ja. Bisschen oval ausgerollt. Und das kommt dann einfach jetzt in die Pfanne? Insofern die Pfanne mitspielt. Aber das sollte eigentlich... Weiß ich nicht, ne? Das werden wir dann sehen. Guck mal, Pfanne ist ordentlich heiß. Jetzt gucken wir mal. Das ist jetzt der erste. Den habe ich jetzt noch nicht gehen lassen, sondern wir probieren direkt mal einen. Und die mussten jetzt einfach so bobbeln, ne? Genau. Boah, guck dir das an. Ich bin komplett baff gerade, wirklich. Dann rollen wir die jetzt aus. Wir wissen, die Pitas funktionieren. Und jetzt haben wir hier die Schalkschuka. Und wirklich super easy knacken jetzt die Eier. Vorsicht, dass keine Schalen mit reingehen. Obendrauf ziehen die mit einem Löffel so ein bisschen eine Kuhle, dass die halt da drin sind. Was wir jetzt gleich machen, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, weil sie jetzt kochen die relativ lange im Ofen. Wir stellen die nochmal auf die heiße Herdplatte. Du kannst die auch ohne das auf die Herdplatte nochmal in den Ofen stellen. Ja. Aber es dauert halt länger, ne? Du hast ein bisschen Salz drauf auf die Eier, dass die gleich gut gewürzt sind. Guck mal, das sieht so gut aus. Also eigentlich ist das ja schon eine Mahlzeit, wenn wir ehrlich sind. Komplett, komplett. Wir müssen uns jetzt hier vielleicht einen Dreigang geben. Das ist schon völlig rein. Okay, wir gehen mal rein. Ein Traum, unglaublich lecker. Aber das Ei ist ja perfekt geworden. Guck mal, absolut insane. Wirklich. Sehr, sehr geiles Schuka gewesen. Wirklich absolut geil. Wir machen weiter mit den Zimtschnecken, richtig? Genau, wir bereiten jetzt schon mal die Zimtschnecken vor. Die müssen dann noch ein bisschen gehen, bevor wir sie backen. Und unser Chili für die Stulle ist gleich schon gekocht. Der Toast, den wir... Das ist ja eigentlich dann eigentlich relativ schnell aufschneiden. Chili drauf, zack, ne? Genau, wir machen dann noch Guacamole und Sour Cream. Sour Cream selber machen, finde ich so geil. Genau. Wir haben diese braune Kondensmilch, diese durchschritte Läscher. Die mischen wir gleich noch mit ein bisschen Raum, Zucker, Zimt und eine Prise Salz. Okay. Streichen das auf. Ich glaube, Salz ist ganz wichtig, ne? Salz muss. Hier hat auch ein riesen Hype bekommen, die Avocado, ne? Ja. Guacamole ist ja auch so simpel, ne? So, ich hab mal Jamie Oliver einen Trick gezeigt. Die Limette einfach in die Hand pressen, weil wenn da Kerne kommen, dann fallen die nicht da rein, dann muss man die nicht rauspulen und so. Geil, echt? Ist mega krass, ja. Es wäre jetzt auch was, dass ich nie gekommen wäre. Ja, ja, ich hab das auch nur Jamie Oliver bis jetzt erzählt. Ich dachte, jetzt soll mal den Zuschauern und dir halt, ne? Ich bin auch sehr dankbar, dass ich heute diesen Kochtoast bei dir machen kann. Hey, gerne. Oh, so perfekt. Maschallah. Toast, wie gesagt, hab ich dir, komm mit dir gestern backen. Komm mit in die Pfanne, nicht in den Toaster, ne? Ja, wir machen sie ein bisschen dicker. Vielleicht machen wir sie einfach im Ofen. Was hast du davon? Geile Nummer, machen wir. Wir machen jetzt ein Cheese-Sandwich. Yeah. So, das Toast ist jetzt leicht angeröstet. Genau. Ein bisschen warm ist es noch. Jetzt shredden wir den Käse einfach, schießt einfach drüber. Genau, am Ende. Wir machen jetzt hier erstmal schön... Das Chili drauf. Gut, einen Schuss Chili drauf. Verkleckern alle Teller. Ja. So. Das sieht aber schon geil aus. Bisschen Guacamole. Da Schoß und jetzt noch Kräuter. Boah. Boah. Mmh. Mmh. Ja, die sehen so gut aus, oder Tobi? Schau sie dir an. Die kleine süße Bibis. Nein, jetzt nochmal ganz kurz. Danke, dass wir das Kochbuch haben. Ganz wichtige Sache, Leute. Ich weise nochmal ganz kurz darauf hin. Sämtliche Rezepte, ja? Findet ihr in diesem Kochbuch. Ich werde dafür nicht bezahlen. Ich mach das gerade, weil das einfach geil ist. Und ich finde das ein sehr cooles Konzept. Brunch ist tot, heißt das. Lange lebe das Frühstück. Check das gerne mal aus. Gibt es wahrscheinlich überall. Bertelsmann, Amazon. Ja, oder. Überall so. Wenn ihr das signiert, wollt auf unserer Webseite. Ja, noch geiler. Restaurant Neobiota in Köln. Leider gerade geschlossen wegen Corona. Oh, guck mal. Und die sind... Oh, die haben genau die richtige... Ja. Also wir sagen immer lieber ein bisschen weniger backen, dass die innen so ein bisschen clinchig sind, so ein bisschen teigig. Weil wenn die so trocken sind, dann ist das echt kacke. Das halt ersetzt halt die Whipped Cream so ein bisschen. Das ist Sahne einfach. Genau. Ist ja dann nochmal mit ein bisschen Geschmack. Okay, ich geh mal rein, ja? Warten wir mal ran. Mh. 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 Komplett on point. Leute, wir sind durch soweit. Es war uns ein absolutes Fest. Es war mir ein absolutes Fest. Riesiges Dankeschön an dich, Erik. Sehr gern. Es war... Es war insane geil. Wir haben super viel gelernt. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und wir haben auf jeden Fall noch ordentlich was über. Ich denke mal, ich werde das nächste übernächste Woche gut repliziert bekommen. Ich bin guter Dinge. Grüße auf jeden Fall an das ganze Team von Neobiota. Und an deinen Kochboden. Natürlich alles in der Beschreibung zu finden. Leute, genauso wie der ganze Poker-Stars-Kram. Küsschen aus Nüßchen. Ich bin raus. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es dann heißt, große Prüfung. Krieg ich es hin, was Vernünftiges zu zaubern, ohne dass mein Team sich übergibt. Das wäre schon mal eigentlich ein geiles Ding, ne? Malsi kriegt das hin? Perfekt. Haut rein. Ciao. アalto real. Vielen Dank. Frau Hubert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017